Es ging uns einfach darum, für unser Rohgemüse ein noch besseres Verfahren zur Versiegelung zu finden. Die Frische und das Aroma so lange wie möglich zu erhalten, das war das Ziel. Und Frische Plus, dann das Ergebnis. Wir haben über drei Jahre geforscht und nach einer intelligenten Lösung gesucht, die mehr bietet als das, was es momentan im Markt gibt. Das war nicht einfach, aber für unser Team extrem spannend. Es sollte wie immer ein natürliches Verfahren sein, das das Austrocknen von Gemüse während der Lagerung zu Hause verhindert. Die Natur war von Anfang an unser Vorbild. Natürliche Produkte wollen wir natürlich behandeln. Das war immer so bei uns. Wir haben uns also intensiv mit allen für uns interessanten Naturphänomenen rund ums Wasser beschäftigt. Ganz besonders mit feinstem Nebel, der dann letztlich zur natürlichen Vorlage für unser neues Verfahren wird. Auch feiner Wassernebel, um genau zu sein, mit dem unser Gemüse heute mit einer speziellen Technik besprüht wird. Wie man daraus eine schöne Glasur macht, kann man im Winter wunderbar in der Natur beobachten. Glasieren ist eines der wenigen Dinge allerdings, die wir tatsächlich besser können als die Natur. Sie bildet einen wunderschönen Eispanzer, der aber viel zu dick ist für unsere Zwecke. Ähnlich wie bei den klassischen Gefrierverfahren, bei denen das Gemüse einfach durch ein Wasserbad gezogen wird. Das Ergebnis kann man hier sehen. Rechts das herkömmlich gefrorene Gemüse, links unser Brokkoli mit frischem Plusverfahren. Die Oberfläche des Gemüses wird bei unserem neuen Glasierverfahren eben maximal geschlossen. Es ist dadurch robuster und es kann viel weniger Wasser verdampfen. Austrocknung, also Gefrierbrand, wird verhindert. Der Unterschied zwischen einer Schneeoberfläche und Eis im Eiskanal macht es sehr schön deutlich. So haben wir zusätzlich noch mechanischen Schutz vor Abrieb beim Transport. Weshalb wir auch gleich mit der größten Herausforderung bei unserem Rohgemüse angefangen haben, dem Brokkoli. Der von seiner Struktur her sehr fragil ist und deswegen besonders geschützt werden muss. Das Gemüse bei frische Plus ist eben auch optisch schöner. Insgesamt ist man mit frische Plus immer ein Vorteil. Was man auch bei der Nettoeinwaage feststellen kann. Denn wo 1000 Gramm draufstehen, sind genau 1000 Gramm drin. Leckeres, frisches Gemüse. Aber wie heißt es so schön? Entscheidend ist auf dem Teller. Lassen Sie es sich gut schmecken.